Also für mich gibt es einfach gar keine bessere Ecke um Stuttgart herum als hier. Sowohl im wirtschaftlichen Bereich wie auch im Freizeitbereich ist es einfach ein ganz optimales Leben hier am Rande der Großstadt. Wir haben alle Möglichkeiten der Infrastruktur, wir haben alle Möglichkeiten der Wirtschaft und auch der Freizeit. Leidenschaft ist für mich einfach alles. Wenn ich begeistert bin von einer Immobilie und mir dann vorstellen kann, welche Familie sich darin wohlfühlen kann, das sehe ich als meine Hauptaufgabe, wo man Leidenschaft auch richtig zur Geltung bringen kann. Ich glaube in unserer Firma weiß jeder, was Leidenschaft bedeutet und das ist schlussendlich schon auch unser Erfolgskonzept. Der Informationsfluss und die Abstimmung dessen, was uns wichtig war, das klappte hervorragend. Wir haben den perfekten Käufer gefunden und er liebt dieses Haus genauso wie wir das geliebt haben. Das war alles perfekt organisiert. Home-Staging heißt vor allen Dingen auch in Szene setzen und unsere Mitarbeiter helfen ja auch den Eigentümern dabei, ihre Immobilie richtig in Szene zu setzen zugunsten ihrer eigenen Vermarktungschancen. Fotografieren ist meine absolute Leidenschaft. Wir wollen attraktive Immobilien, Immobilien optimieren und wir erklären den Eigentümern, dass es an und für sich mit Kleinigkeiten sehr leicht ist, die Immobilie so darzustellen, wie sie eigentlich wirklich ist. Also insgesamt war das echt eine super Leistung von dem ganzen Team auch vom Immobilien-Service Bärbel Bar und das war rundum echt sehr gelungen. Was sind Makler mit Herz? Leidenschaftliche Menschen, die ihren Kunden wirklich ernst nehmen und vertrauensvoll mit Aufträgen umgehen. Das heißt, wir bekommen von Ihnen einen Auftrag und es ist unsere gesamte Leidenschaft, den bestmöglich zu erfüllen. Mit der BB Wohnbau Böblingen haben Sie darüber hinaus einen professionellen Ansprechpartner rund um das Thema Bauen und Wohnen. Wir unterstützen Sie beim Ankauf von Grundstücken, der Projektentwicklung sowie dem Bau Ihres Eigenheims. In bester Qualität und zum fairen Preis. Dabei suchen wir immer die beste Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse. Bei Substanz und Ausstattung setzen wir auf die neuesten Standards. Denn unser Ziel ist es, dass Sie Ihr Geld sinnvoll investieren und sich auch in Zukunft an der hohen Qualität Ihres Hauses erfreuen. Lassen Sie sich von unseren Referenzprojekten überzeugen und kontaktieren Sie uns.